Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Gothic. Ich wollte schon Redguard sagen, aber Redguard haben wir ja schon durch. So, Gothic. Und wir können uns jetzt endlich mal an Jackal rechnen. Der Typ aus dem Sumpfler. Du hast dich zu lange bei diesen Spinnettesten. Ihr seid zu weit. Schein. Los! Jo. Äh, pack die Waffe aus. So. Erster. Nein. Da. Nein! Nochmal. Okay. Der ist der heftigste, glaube ich. Noch einmal versuchen. Seh, Terrapet. Ihr seid scheinbar. So, jetzt. Jo. Okay. Das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Aber wir werden das noch hier machen. Schein. Los! So. Wir müssen die packen. Alter. Nee. Gegen drei von denen. Ist bisschen schwer. Still hättest der Satz. Schein. Los! Alter. Ich will das schaffen gegen die. Na, ziel ruhig weit. Okay. Das. Nee. Das funktioniert so auch nicht. Okay. Okay. Wir müssen mit denen schon ein... Richtig. Der Satz scheint los. Jo. Was hat der denn für ne... für ne Armbrust eigentlich? Okay. Das wird so auch nicht laufen. Wir müssen das blauer machen. Nee. Waffe einstecken. Sturke, Schein. Jo. Von hinten auch noch. Was sind dat denn? Das wird noch ein bisschen dauern. Nee. Steck die Waffe lieber erstmal ein. Sturke, Schein. Los. Gehen wir erstmal hier hoch. So, das ist der Erste. Gegen den... Wieso treffe ich den nicht? Ja. So, looten. Gardisten. Den haben wir jetzt getötet. So, schnell heilen. Was? Nein! Okay, das war jetzt... Okay. Okay, müssen wir anders planen. Schnell. Irgendwo hingehen, wo wir... ...einen nach den anderen ausschalten können. Oh, Alter. Alter, nein! Boah, ein Schuss und wir sind gleich tot. Bin ich hier in Sicherheit? Sieht bisher so aus. Äh... ...mach mal das. Okay, die sind auch abgehauen. Ne, doch nicht. Alter. Das ist echt heftig hier. Ich will die aber besiegen. So, erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Ne. Ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. So, das ist echt heftig hier. Das ist echt heftig hier. Gehen wir vielleicht erstmal hier runter. Ich will erstmal alle K.O. haben. Und der spiegt den ab, der noch schon am Boden liegt, während die anderen auf mir einschlagen. Ihr seid... Ich hasse das gerade. Aber ich will die schaffen. Das müssen wir jetzt hinkriegen, ja? Das müssen wir... Das müssen wir... Da unten ist das irgendwie am sinnvollsten. Gegen die. Ich war jetzt ein bisschen doch zu nah. So, komm. Dann stecken die jetzt hier erstmal vielleicht fest. Dann kann ich einnachten... Ich weiß jetzt nicht, wo... Wie ich das sonst machen soll. Es ist zu hell scheinbar. Los! Alter! Wir könnten noch ein bisschen dauern. Dafür ziehen wir die Folge auch ein bisschen in die Länge. Bis wir die... Bekämpft haben. Nein! Jetzt stecke ich hier fest. Toll! So, komm. Kann ich den jetzt... Kann ich hier eben... Äh... Erstmal das. Kann ich das Schwert hier einsammeln? Ah, nein! Ich stecke die jetzt fest. Das war jetzt echt doof. Dass wir da jetzt festgesteckt haben. Alter! Ich raste gleich aus? Das sind... Das liegt einfach daran, dass die zu viele auf einmal sind. Rennen heim zu Mutti! So? Warte, ich hab hier doch noch... Ne... Ne, hab ich nicht mehr. Hab ich den verkauft? Okay, noch einmal. So. Alter, wieso hauen die auch alle gleichzeitig drauf? Warte mal. Ne, der ist aber... Der ist zwar stärker, aber... Sicherstimme. Sonst hab ich hier jetzt... Ich könnte es mal vielleicht doch damit einmal versuchen. Aber wir haben keine... Keine Ahnung mit Zweihandwaffen. Sitte, Scheinl. Was haben wir eigentlich auf der 3? Nichts. So. Schnell abhauen. Vielleicht packen die die Bögen aus. Beziehungsweise die Armbrüste. Rennen heim zu Mutti. So. Kommt einer von denen bis hier hin? Anscheinend stecken die jetzt da fest, aber... Einer steht dann jetzt da unten. Mal hier erstmal den. So. Gut, den haben wir. So. So. Nein. Hör auf. Hör auf. Komm. Ja. Boah. Wir haben es geschafft. Gott ist eine Hand. Wir looten die jetzt. Was? Der hat zweimal wehen. So. Jo. Die haben aber auch viel. Die wollten wir so oder so früher oder später loswerden. Jetzt haben die das davon, weil die hier mal so viel Terror gemacht haben. So. Speichern. So. Wo ist sein Schwert hin? So. Okay. Hatte nur 10 Minuten gedauert, bis wir die alle erledigt haben. Nein. Ich will jetzt nicht schürfen. Ich will... Ich will looten. Rache für mich und für das neue Lager haben wir jetzt damit gemacht. Den haben wir schon. Den hatten wir schon. Hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Hatten wir auf der Seite schon alle? Jo. Genau. Genau. Hier hatten wir auch schon alle. Es hatten nur noch wirklich die da unten gefehlt, meine ich. Hier oben? Weiß ich nicht, ob wir die schon hatten. Hatten wir schon. Genau. Okil. Das heißt dann, dass wir hier fertig sind. Obwohl, da geht es auch noch ein bisschen hoch. Und da die Leiter, meine ich. Oh, hier hatten wir ja schon alle. Hatten wir noch die Leiter? So. So. Noch mehr Loot? Baloro. Baloro. Den habe ich, glaube ich, letztes Mal vergessen zu quatschen. Aber wir müssten wirklich das nächste Mal, wenn wir hier eine Runde spielen, also einen neuen Durchlauf machen, wirklich mal uns ausführlich hier alles ansehen. Und auch wirklich ausführlich jede Quest versuchen einzusammeln. So, wie sieht es aus? Ah, fehlen noch nicht mal tausend. Dann haben wir wieder die nächsten zehn Erfahrungspunkte, Lernpunkte. Dann gehen wir mal zurück zu Gorn. Sagen die mal Bescheid hier, dass die Jungs und Mädels vom alten Lager uns hier nicht mehr, oder die nicht mehr hier stören werden. Zumindest die Kriegstreiber. Aber ich denke, dass wir Jackal und Bloodwin so oder so, früher oder später, ausschalten müssen. Was jetzt ein heftiger Plot-Twist wäre, was ich dann aber auch irgendwie feiern würde, wenn Bloodwin, derjenige, der mir am meisten auf den Sack ging von denen allen, wenn der sagen würde, der ist jetzt auf meiner Seite, dass er gegen Gommes ist und so. So, dat würde ich jetzt übelst feiern. Derjenige, der mir am meisten auf den Sack ging, dass der sagt so, ey Neuer, ich bin jetzt auf deiner Seite. Ich bin da scheiße, was Gommes macht. Lass mal Gommes gemeinsam kaputt machen, so nach dem Motto. Hier geht es auch noch hoch. Jetzt bin ich neugierig, was es da gibt. Gibt es auch noch was zu entdecken? Oder zu schlisten? Nope. Hier gibt es gar nichts. So, kommen wir hier jetzt unbeschadet wieder runter? Ja, kriegen wir hin. So, dann quatschen wir mal mit Gorn. Der ist ja gleich hier vorne irgendwo. Sei gegrüßt. Okay, der hat nichts. Hallo. Hi. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Lee ist noch damit beschäftigt, unsere Verteidigung zu organisieren. Ja, Jackal ist ja tot. Bis später. Hallo. Hi. Gibt es Probleme? Wer hat hier das zu sagen? Ich will ein Sölder in der Magie werden. Willst du etwas Summkraut? Nee. Nee. Aber ich muss jetzt diese 10 Minuten, die wir jetzt mit dem Kampf verbracht haben, jetzt hinten dran hängen. Dann sind das 10 Minuten länger jetzt diese Folge. Weil wir jetzt 1000 Jahre mit dem Kampf verbracht haben. Kriegt dafür dann wirklich 10 Minuten länger jetzt die Folge. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung auf jeden Fall, so als Entschädigung. So, dann müssen wir jetzt aber noch einmal kurz rüber zu Wingskirchen, äh, hier, zu Xaras irgendwie den Weg finden. Beziehungsweise, was war's mal? Erwanderung des alten Lagers. Nachdem ich aus dem alten Lager verbannt wurde, hat mich Saturas im neuen Lager willkommen geheißen. Die, der Anführer oder Söldner, will in dieser Angelegenheit mit mir sprechen. Ich soll ihn aufsuchen und anschließend wieder zu Saturas zurückkehren. Ich hab' ihn aufgesucht, aber ich will jetzt nicht ins neue Lager überlaufen. Ich will immer noch Teil des alten Lagers sein, der Feuermagier und so. Für Aranos. Irgendwie flackert es gerade viel. Ich hoffe, in der Aufnahme sieht man das nicht, das Flackern. Ist gerade aber sehr viel am Flackern. Jetzt wollen wir noch einmal in Richtung Xaras den Weg finden. Ich glaube, da hinten, wenn wir hier so durchgehen, ist er am schnellsten. Will jetzt aber nicht, will jetzt hier nicht durch den, äh, Dingens hier. Aber vielleicht sind es hier auch noch ein paar Viecher. Wie sieht's aus mit, ja, ein bisschen fehlt uns noch. Ähm, genau. Aber ich geh' von aus, dass wir hier jetzt keine Fische haben, die uns angreifen, oder? Neuer Lerker ist da jetzt auch nicht. Ah, okay, das ist der Weg. Das ist der Weg von unten, wo wir gekommen sind, um hier gegen die Untoten da zu kämpfen. Oh, 15 Folgen, oder so? Kima Daumen, 20 vielleicht? Ich seh' jetzt aber keine neuen Viecher. So, das heißt, jetzt nur noch diesen einen Feuerboden ausschalten. Und den Turm da auch noch einmal. Da wird ja auch nochmal rein. Da ist wieder Loot. So, was gibt's denn hier? Hier waren wir ja noch gar nicht, glaube ich, drauf. Hat sich auch nicht gelohnt. Obwohl die Aussicht ein bisschen, wenn die ein bisschen weitsichtiger wäre, hätte sich dann vielleicht doch schon gelohnt. Aber an sich gibt's hier oben nichts. Nicht, hier kommen wir auch nicht drunter. Wir müssen schon den Weg nehmen. Ah, jetzt kann ich ihn anvisieren. Oh, stimmt. Dann gleich gibt's wieder tausend Erfahrungspunkte für den Feuergolem. Und jede Wette, die hat hier Xardas heraufbesporen, als Wachen. Dein, Eis und Feuerbude. Sieht aber auch am geilsten aus von Xardas her tun, muss man auch ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Xardas Turm ist. Ich geh' jetzt erstmal davon aus, dass das Xardas Turm ist. Und das, ja, die Vorbereitung auf die Golems, das waren ja die Bücher. Also für mich schließt alles darauf hin, dass das der Turm von Xardas ist, hier im Ork-Gebiet. Die meisten Orks haben wir schon ausgeschaltet. So, hier machen wir jetzt ein Save-Game. So, zur Not auch hier drauf. Achso, und die Zauber. Wo haben wir den? Eisfall. So. Der müsste jetzt gleich da sein. Ein bisschen abhauen. Das ist aber schnell. Und Herz eines Feuergolems. Alter, wie geil. So, den brauchen wir nicht mehr. Okay, seine Fluchtburen sieht man hier auch überall. Boah, wir haben es bis zu dem Turm geschafft. Wir haben alle drei Golems hier erledigt. Boah, wie geil. Flammen-Dämon. Moment, wer spricht hier? Du sprichst zu mir. Äh, heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Heißt dein Herr und Meister zufällig Xardas? Aha, Namen sind also unwichtig. Okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xardas ist. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was für ein Test. Ich habe hier das Herz eines Stein-Golems. Was? Hier. Ein würdiger Beweis. Fehlen? Zwei fehlen noch? Hier. Ist dieses Herz eines Eis-Golems ein Beweis? Die Dualität. Der zweite Beweis. Einer bleibt noch? Hier und? Was ist mit diesem Herz eines Feuer-Golems? Bekommenheit? Ich bin würdig. Wenn das so ist, dann wünsche ich jetzt, dein Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Sterblicher? Wer ich? Ich gehe ja schon. Okay, also... Speichermat. Wie ich das nämlich jetzt angreife. Achso. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Elka. Viel Erz. Okay, wir müssen noch... Andere Sachen. In der Hoffnung, dass der mich jetzt nicht angreift. Ich habe aber wirklich jetzt Angst gehabt, dass der mich jetzt umbringt oder so. Hier haben wir noch eine. Okay, das haben wir auch geschafft. So. Wir haben jetzt aber eine Rune der Teleportation zum Sumpflager. Dämonenbes... Äh, so. Okay. Die nehmen wir mit. Ich habe jetzt nicht geahnt, dass wirklich Mana so wichtig jetzt für uns sein wird. Wir haben noch ein Herz, äh, Stück eines Eiskohlens. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt Eiskohl im Herz. Den haben wir aber jetzt nicht. Dann gehen wir mal hier hoch. Jetzt bin ich gespannt, ob wir Zahras treffen. Also, wer das auch ist. Alter. Wer wagt es, meine Studien zu unterbrechen? Mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen. Er ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du der Erste seit vielen Jahren bist, der meine Golem-Rätsel gelöst hat. Äh, gab es andere Besucher? Gab es andere Besucher? Nicht viele. Und als sie mir lästig wurden, machten sie Bekanntschaft mit einem meiner höheren Wesen. Du bist wohl gerne ungestört, was? Ähm... So. Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wundert mich nicht sonderlich. Diesen dummen, barbarischen Schlechtern in der Burg, allen voran Gomez, war noch nie zu trauen. Koristo und die anderen Magier haben sich ihren Henker selbst gewählt, als sie Gomez damals halfen, die Macht an sich zu reißen. Aha, okay. Der sogenannte Schläfer soll ein übler Erzdämon sein. Das hat die Bruderschaft im Sumpf herausgefunden. Die Wassermagier glauben nun, dass wir alle in der Kolonie in großer Gefahr seien. Die Gefahr ist größer, als irgendjemand innerhalb der Barriere erahnen kann. Äh, Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Saturas schickt mich. Wir brauchen deine Hilfe. Die Wassermagier wollen ihren großen Erzhaufen. Der Erzhaufen ist nicht die Lösung. Nein? Nein. Äh, wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt. Wenn die Sprengung des Erzhaufens die große Gefahr nicht beseitigt. Vergiss den großen Erzhaufen. Seine Energie wird die Barriere nicht sprengen können. Hätten Choristo und Saturas in den letzten Jahren weniger Zeit für ihre törichten und eitlen Streitereien verschwendet, dann wüssten sie jetzt vielleicht auch das, was ich weiß. Was denn? Keiner der zwölf Magier von damals scheint sich je gefragt zu haben, warum die Erschaffung der Barriere außer Kontrolle geriet und sie diese riesigen Ausmaße annahm. Hast du es herausgefunden? Hast du es herausgefunden? Eins ist auf jeden Fall klar. Die Antwort liegt tief unter der Stadt der Orks. Die Stadt der Orks? Die Orks sind nicht etwa wie viele glauben Tiere. Ihre Kultur reicht fast ebenso weit zurück wie die der Menschen. Vor vielen hundert Jahren beschwörten fünf Orks-Schamanen einen uralten Erzdämonen, um ihrem Clan die Macht zu verleihen, ihre Feinde zu vernichten. War dieser Erzdämon der Schläfer? Diesen Namen gaben ihm die Orks erst viel später. Doch warum sie das taten und warum sie heute vor diesem Überwesen in Furchter zittern, werde ich dir nicht erzählen. Das muss ich selber rausfinden, gehe ich mal von aus. Warum nicht? Ich glaube, du könntest der... Nein. Um mir ganz sicher zu sein, musst du noch eine weitere Aufgabe lösen. Was für eine Aufgabe? Hör gut zu. Die Orks haben einen ihrer Schamanen aus ihrer Stadt verbannt. Hm, warum haben sie... Was hat dieser Orks-Schamanen mit meiner Aufgabe zu tun? Wo hält sich dieser Verbannte auf? Wo hält sich dieser Verbannte auf? Gehe zum alten Kastell, östlich von hier. Es ist nicht zu übersehen, denn es steht auf dem Gipfel eines Hohen Berges, der schon von Weitem zu sehen ist. Kann man es so einfach betreten? Es wird zwar noch altes Kastell genannt, aber genau genommen stehen da nur noch die Grundmauern. Es ist schon seit vielen Jahrzehnten eine Ruine. Aha, warum haben sie ihn verbannt? Warum haben sie ihn verbannt? Das konnte der sterbende Ork-Krieger, der von einem meiner Dämonen befragt wurde, nicht mehr von sich gehen. Okay, was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Was hat dieser Ork-Schamane mit meiner Aufgabe zu tun? Er wird dir den fehlenden Teil der Geschichte über den Schläfer erzählen. Ein Ork-Schamane wird sich wohl kaum mit mir unterhalten. Willst du nun meine Hilfe oder willst du sie nicht? Doch schon, aber... Dann stelle meine Worte nie wieder in Frage. Suche den Schamanen. Er ist nicht gut, auf seine Brüder in der Orkstadt zu sprechen. Also wird er dir vielleicht zuhören, bevor er dich zu einer lebenden Fackel macht. Sehr beruhigend. Das auf jeden Fall. So, ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Ich werde mir die Antworten von diesem Schamanen holen. Mein Diener hat dir ja bereits eine Teleportationsruhne für das Pentagramm einen Stock tiefer gegeben. Damit sollte es kein Problem für dich sein, wieder hierher zurückzukehren. Ja, ich suche magisches Wissen. Ich suche magisches Wissen. Ähm... Skelette bespören, Golem bespören, Monster schrumpfen und Tote vernichten. Jo. Ähm... Machen wir aber hier mal so Ende. Und dann gehen wir mal hier so wieder... Oder warte... Äh... Was passiert, wenn ich den... ...nochmal... Ne? Mein Mana ist aus. Okay. Muss ich hier nochmal... ...Mana fressen? So, nochmal. Und... Dann müsste es jetzt klappen. Bin ich wie... Ich bin nicht wieder unten, ne? Komme ich hier wieder runter? Wenn ich hier drauf bin? Nee, okay. Dann muss ich vielleicht... ...nochmal erstmal Mana fressen. Und... Ah, okay. Machen wir dann mal... ...hier die 5 Teleport-Sumpflager. Ja, sind wir erstmal wieder hier? So, dann können wir uns auch unsere täglichen Rationen abholen eben. Auch ganz schnell. Die ich dann im... ...ääh... ...neuen Lager wieder verticken könnte. Rein theopraktisch. So, wo waren das nochmal? Hier muss jetzt gleich... ...genau die Brücke. So, und da ist Fortuno. Der kann uns das eben geben. Erwache! Erwache! Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm! Drei schwarzer... Jo. Ah, aber warte. Wir können doch mit dem nicht handeln. Erwache! Ja? Wir handeln. Was will... Ah, der hat nur noch 8? Dann egal. Wenn der nur noch 8 hat, dann können wir dem nichts verkaufen. Aber dann würde ich sagen, machen wir den Rest in der nächsten Folge weiter. Wir müssen in die Orkstadt und auch noch in das eine Kastell, wo wir schon mal waren. So ein Rätsel entdeckt hatten, wo wir vielleicht sogar zu früh drin waren. Dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020